Ja, subhanallah, es geht nicht darum, dass diese Leute dir sagen wollen, wir haben Prinzipien, nein, diese Leute haben Hass, einen extremen Hass und das Verwunderliche ist, dass sie diesen Hass auf uns projizieren und sagen, wir wären die Hassprediger. Das ist verwunderlich, das ist verwunderlich, aber so seht ihr, was in deren Herzen wirklich ist. Allah hat uns gesagt, was in ihren Herzen ist. Allah sagt uns, offenkundiger Hass ist in ihren Herzen oder ist klar geworden bei ihnen. Er redet über diejenigen, die den Islam hassen. Und was ihre Herzen tatsächlich beinhalten, ist noch viel größer.